Was hat der Caddy Move der Neue, der Audi S3 der Neue und der Golf R der Neue, also Golf 8 R gemeinsam? Oder was haben sie gemeinsam? Genau, richtig, sie stehen alle auf der MQB-Plattform des Volkswagen-Konzerns. Und damit ein herzliches Willkommen zu Automativ.de. Mein Name ist Benjamin, das wie immer. Wir schauen uns heute ganz im Besonderen den Audi S3 an, hier in Python-Gelb, in einer richtig schönen Farbe. Und in der Edition One, das sieht man an vielen Ausstellungsmerkmalen und an dieser Konfiguration, die wir hier haben bei diesem Auto. Also einer speziellen Konfiguration, die für den Markteintritt hier gemacht wurde von Audi. Genau, und das Auto stellen wir gegenüber, zumindest am Anfang, den Golf 8 R. Den haben wir ja schon in ein paar Reviews gehabt, auch auf der Rennstrecke jetzt kürzlich in Oschersleben. Auch das ist nochmal unten verlinkt. Und den Caddy, den schieben wir jetzt mal zur Seite, um den kümmern wir uns noch im Einzelnen. Auch das Video hier, was wir dann noch produzieren werden, das ist unten verlinkt. Ja, der Audi S3, er besteht seit ungefähr 20 Jahren, da gibt es ihn. Und ich kann mich noch an den ersten S3 erinnern, habe ich ihn damals als Kind auch schon oft in Gelb gesehen und schon echt für cool befunden. Und er ist immer noch so cool wie damals. Er erinnert mich gerade in dieser Farbe an meine Kindheitserinnerung. Wir haben hier eine schön offensive Front drin, wir haben hier diese typische Audi Lichtsignatur. Hier auch die Scheinwerfer, diese typischen Scheinwerfer, die nach unten gezogen sind, richtig definiert, richtig kantig, richtig zackig. Da haben wir die LED Matrix Scheinwerfer hier drin, die sind optional gleich zu Anfang. Und dann hier viel Kontrastelemente. Und auch, was Audi ja seit ein paar Jahren macht, dass die Audi Ringe hier in Kontrast schwarz, nicht mehr in Silber, sondern in Kontrast schwarz. Und dann haben wir unter diesem riesen Single Frame hier unten auch nochmal Kontrast schwarz Elemente da unten. Das packt ihn richtig gut ein, das macht ihn stämmig und das sieht einfach gut aus. Wohingegen wir beim Golf 8 R hier auch schwarze Kontrastelemente haben. Wir haben hier unten auch diese Lufteinlässe hier, auch diese schwarze Lippe hier vorne. Die Autos sind schon sehr, sehr ähnlich und wie gesagt, sie stehen beide auf MQB und haben sehr viele Eigenheiten, einfach die gleich sind. Das ist zum Beispiel fast das komplette Chassis, der Antriebsstrang, sie haben die gleichen Motoren. Ich werde auch gleich die Hauben öffnen und sie haben natürlich auch eine sehr, sehr ähnliche Elektronikarchitektur. Wobei sich die in diesem Interface-Design und auch in den Ausprägungen der Bildschirme und das Ganze doch ganz schön unterscheiden. Wir schauen mal heute, welche Unterschiede wir hier haben und welches Auto besser für sie geeignet wäre, womit sie einfach besser klarkommen. Denn wie gesagt, das ist persönlicher Geschmack, welches Auto man hier wählt. Und auch gleich vorneweg, ich habe Ihnen dieses Auto hier im Fahrbericht, das sowieso in einem anderen Fahrbericht, aber diesen S3, nochmal in dieser konkreten Konfiguration auf automativ.de hier verlinkt und hochgeladen. Da können Sie sich genau das Auto anschauen mit allen technischen Details und Ausstellungsdetails und Preisen, die wir hier haben. Gleich vorneweg, wenn ich auch das noch sage, das Auto hier, wie es hier steht, kostet 65.000 Euro. Das ist teurer der Audi als der Golf 8R. Wobei es interessant ist, der Grundpreis dieser beiden Fahrzeuge, da ist der Golf R teurer als der Audi S3. Wir starten hier, der Audi S3 startet bei 48.000 Euro ungefähr und oder ziemlich genau und der Golf 8R, der startet bei 50.200 Euro. Aber die optionale Ausstellungsliste ist natürlich bei Audi noch ein bisschen höher. Wir haben noch ein paar mehr Ausstellungsdetails, zum Beispiel eine Hamann-Kardon-Anlage hier drin oder auch ganz andere Dekore nochmal. Ledersitze werden wir alles nochmal anschauen, was wir hier nochmal zusätzlich haben. Und hier haben wir nicht so viele Möglichkeiten, das Auto noch wahnsinnig teurer zu machen. Ich habe mal durchkonfiguriert einen ordentlich schönen und vergleichbaren S3 zum Golf 8R. Den gibt es so für Mitte 50.000, 55.000, 56.000, kann man schon was richtig Schönes auf die Räder stellen. Bei dem Auto, wenn man das vollkonfiguriert, so wie es jetzt hier steht und auch schön, dann ist man da 4.000 Euro drüber. Also bei knapp 60.000 liegt dann der Golf 8R. Wie gesagt, wie sie hier stehen, ist hier 60.000, wie hier steht 65.000, aber mit vielen Extras, die ich jetzt nicht nehmen würde. Daher dieser Preisunterschied. So und was wir jetzt auch machen, bevor wir uns nur noch um dieses Auto kümmern, nur noch um den Audi S3, machen wir kurz einen Soundcheck. Weil wir haben ja, wenn wir ganz kurz mal ans Heck kommen, haben wir eine ähnliche Abgasanlage hier hinten. Beides doppelflutig, links und rechts. Aber wir haben hier die Akrapovic-Anlage drunter, die knallt richtig schön. Und wir haben hier die ganz normale Serienanlage drunter, die bollert richtig schön. Das ist der Unterschied eigentlich. Und jetzt gucken wir mal, wie diese beiden Autos gegeneinander klingen und was ihnen besser gefällt. Es kann ja sein, dass der hier ein bisschen zu aggressiv ist und der hier ganz schön und ganz passend ist. Das sehen Sie jetzt. Das sehen Sie jetzt. Ja, es ist beides schön. Es ist hier ein bisschen aggressiver als da, aber naja, das muss jeder für sich natürlich wieder selber entscheiden. Denn was noch auffällt ist, der Audi S3, der hat natürlich noch ein bisschen Abstand gelassen zum Audi RS3. Da wird ja noch was kommen mit Fünfzylindermotor. Beim Golf R sind wir schon am Limit. Deswegen ist er ein bisschen offensiver, ein bisschen technisch ausgewiefter als das Auto hier. Das Auto ist ein bisschen normaler. Das sieht man unter anderem auch am Heckflügel. Wir haben beim Golf 8 R diesen unter- und oberströmenden Heckflügel ganz groß. Den aber auch nur im Performance-Paket mit einer V-Max-Anhebung, Geschwindigkeitsanhebung auf 280 kmh. Noch mit ein paar anderen Komponenten habe ich im Review ja vom Golf 8 R gesagt. Das haben wir hier beim Audi S3 nicht. Hier haben wir einen relativ normalen Heckflügel. Den kennen wir vom Basispaket. Wenn wir den Golf R ohne den Heckflügel nehmen, dann wäre dieser Heckflügel ähnlich, auch von der Anströmung, auch von der Aerodynamik. Er ist kleiner und genauso wie die Abgasanlage zum Beispiel, alles nicht so extrem. Wir haben zwar auch ein um 15 mm tieferes Fahrwerk, aber wir haben zum Beispiel auch bei dem Audi S3 hier nicht dieses Torque Vectoring, dieses Extreme, dieses mit dem Torque Splitter, was wir beim Golf 8 R haben. Diese beiden Kupplungen an den beiden Hinterrädern, sodass man 100% auf ein Rad geben kann, haben wir hier nicht. Hier haben wir ganz normal dieses Haltex-Prinzip, was wir von Audi eben immer kennen. Klar, beide Autos sind Allrad, mit Allrad angetrieben, aber eben nicht mit dieser komplizierten Kupplung, die wir beim Golf 8 R haben. Ich schätze mal, Audi wird sich das für den RS3 aufbewahren. Genau. Und was wir hier auch noch haben, jetzt gehen wir auch wieder an die Front langsam. Wir haben hier unter der Haube zwar denselben Motor wie beim Golf R, aber er ist ein ganz minimal bisschen schwächer. Nicht von der Leistung von der PS-Zahl. Oh, Haubendämpfer. Wieder schön. Da muss ich nichts machen. Genau, ein bisschen. Er hat nur noch 400 oder nur 400 Newtonmeter Drehmoment und nicht 420 Newtonmeter Drehmoment wie der Golf R. Alle beide haben über 300 PS, aber das Aggregat in Anführungszeichen nur 310 PS. Der Golf R hat 320 PS. Und das resultiert dann auch, man könnte jetzt auch ein Drag Race machen, aber das überlassen wir den Kollegen von CarWow. Der resultiert in der Zeit von 4,8 Sekunden von 0,100 zu 4,7 Sekunden von 0,100. Der Golf R ist also ein kleines müh schneller. Ja, trotzdem sieht es hier, ich mache mal auch die andere Haube nochmal auf, obwohl ich es ja auch schon gemacht habe beim Golf 8R. Beides sieht sehr ähnlich aus hier vorne, sehr cool aus. Es ist der gleiche Motor, eher 8,8,8. Der Motor wird auch beides mal von Audi betreut. Hier haben wir keine Haubenlifter drin, sondern eine ist halt Volkswagen und das ist eben Audi. Das merkt man in so kleinen Feinheiten, auch gerade im Interieur nochmal, wenn wir nochmal darauf zurückkommen gleich, wenn wir ins Interieur gucken. Da sehen wir jetzt auch, das ist das gleiche Aggregat hier darunter. Und auch die Aufteilung hier ist auch gleich, beziehungsweise fast gleich, wenn wir jetzt hier nochmal darüber gehen. Man hat sich so jetzt gerade gemerkt, wie es aussieht. Sieht es hier noch ein bisschen hier von der Verzierung des Deckels anders aus. Wir haben hier noch diese Applikation hier oben drauf, Vierzylinder, okay, 2,0 Liter Vierzylinder, genau. Aber wenn man jetzt hier genau hinguckt, dann ist das genau der identische Motor, genau die identische Anordnung. Alles ist gleich. Er ist quer eingebaut, ganz genauso auch wie beim Golf R. Ja, genau, hier an der Front waren wir ja schon. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch kurz innen an. An der Seite gibt es nicht wahnsinnig viel zu sagen. Wir haben ja auch ein bisschen tiefer gezogene Schweller hier unten mit dieser in Kontrast schwarz lackierten Applikation hier vorne. 18 Zoll sind serienmäßig, die haben wir auch drauf. 19 Zoll sind optional. 18 Zoll deswegen wahrscheinlich, weil wir jetzt hier Winterräder montiert haben. Dahinter haben wir auch noch Bremsen. Das ist auch noch ein Punkt, den wir hier vergleichen können. Wir haben hier 340 Millimeter Bremsen. Beim Golf R sind es fast 360 Millimeter und auch gelocht mit größeren Bremsbacken als hier. Und auch in blau ausgeführte Bremsbacken, das ist eine komplette Eigenentwicklung von Volkswagen. Das hier, das ist die Standardbremse, die wir immer auf den S3 drauf haben. Könnte man optional noch rot lackieren für ein paar hundert Euro. Aber wie gesagt, die Bremse, die unterscheidet sich auch nochmal. Die packt bei dem Auto deutlich besser zu. Und das Auto ist allgemein der Golf R. Wenn man jetzt sagt, okay, die beiden sind dieselbe Basis, sind sehr ähnlich, haben dieselben Motoren. Alles ist eigentlich sehr ähnlich. Und doch sind sie schon sehr, sehr verschieden. Das Auto hier ist radikaler. Das Auto ist schon fast auf dem Niveau von einem RS3 der früheren Tage. Und das Auto hier ist ein bisschen schicker, ein bisschen höher qualitativ gemacht. Im Interieur gucken wir ja gleich nochmal. Aber nicht so radikal sportlich wie der Golf 8 R. Auch nicht so technisch ausgefuchst und ausgefeilt wie der Golf R. Und jetzt schauen wir mal in die beiden Interiors. Ja, hier im Interieur das Golf R. Das haben wir ja schon gesagt. Wir haben ein schönes Lenkrad. Wir haben tolle Schaltwippen, die lang gezogen sind hier. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Tolle Sitze, die einen schönen Packen mit Art Velour an den Seiten, an den Backen. Ein voll digitales Cockpit hier. Sehr, sehr schön gemacht. Auch die Mittelkonsole mit dem Shift-by-Wire-Wählhebel und diesem Start-Stop-Knopf hier in der Mitte. Wir haben leider nicht so wahnsinnig viele wirkliche Tasten. Alles passiert über Touch. Also sehr, sehr digital und sehr, sehr touchbasiert, sehr, sehr displaybasiert. Jetzt gucken wir mal rüber an den Audi S3. Da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Hier haben wir schöne Sitze in diesem Rautensteppmuster. Alles aus Leder mit gelben Ziernähten. Das ist Bestandteil dieser Edition One unter anderem. Auch hier haben wir viel Digitalität hier in den Displays. Ein größeres virtuelles Cockpit und auch ein tatsächlich schöner eingebundenes System hier in der Mitte. Das steht nicht so hoch, sondern ist schön integriert in diese gesamte Cockpit-Landschaft. Es wirkt alles ein bisschen leicht hochwertiger und strukturierter und integrierter vor allem. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist diese aufgesetzten Lüftungsdüsen hier für den Fahrer. Und dann haben wir hier schöne Dekore. Die fühlen sich, ich wünschte, Sie könnten es jetzt fühlen, wie sich das hier anfühlt. Es fühlt sich richtig hochwertig an an diesem Quattro-Schriftzug. Es ist ein wirklich sehr schönes Dekor. Und wir haben hier, das habe ich ja schon gesagt, Knöpfe. Nicht nur für die Klimaeinheit, sondern auch für den Fahrmodo-Schalter. Wir haben zwar nicht wie beim R einen R-Taster oder einen S-Taster. Klar, gibt es ja nicht, weil es gibt, wenn dann nur R-Taster. Das ist auch wieder aufgespart für den R-S3 dann am Lenkrad. Aber wir haben hier zumindest Knöpfe für die Fahrmodi. Auch das deaktivierbare ESP haben wir hier als Knopf. Das haben wir beim Golf auch nicht. Und so ist es hier noch ein bisschen mehr knopflastiger. Was mir wirklich besser gefällt, weil man damit schneller agieren kann. Vor allem auch, wenn es um die Fahrdynamik- und Regelsysteme geht, kann man hier noch ein bisschen alles schneller einstellen als beim Golf. Wenn man dort erst alles über das Display machen muss, über das Multimedia-System. Ansonsten sitzt man hier, wenn ich mich mal richtig reinsetze, mit einem Bang- und Olufensystem, sitzt man hier echt gut. Auch das ist wieder, deswegen habe ich es gerade erwähnt, auch so ein kleines Detail, weswegen ich sage, das Auto ist einfach ein bisschen Gran Turismo-mäßiger abgestimmt. Ein bisschen hochwertiger, ein bisschen mehr Ausstattung drin. Und trotzdem sitzt man sportlich, nicht ganz so krass sportlich, weil die Seitenwangen nicht so ausgeprägt sind wie beim Golf R. Aber man sitzt sehr sportlich. Man kann hier, man hat hier gut Freiheit trotzdem für den Arm und so. Und man sitzt hier ähnlich wie im Golf, aber ein bisschen noch eingepackter, finde ich. Noch ein bisschen mehr im Auto. Und wie das Auto jetzt fährt, das sehen wir jetzt. Und das probieren wir jetzt auch aus. So, die markantesten Unterschiede hier, habe ich ja eigentlich gerade schon gesagt, sind das große digitale Display hier. Das kennen wir immer von Audi, das ist auch hier noch verbaut. Und dann das integrierte Multimediasystem in der Mitte. Ich finde es immer so schön, wenn Navigationssysteme und Multimediasysteme nicht hier oben drauf sitzen wie so Tablets. Ich weiß, es ist innen und so und trotzdem machen es ganz viele. Aber ich finde es so viel schöner, wenn sie so integriert sind wie hier. Dann ist es alles aufgeräumt. Und dieses Cockpit hier, auch mit den zwei Luftdüsen, die ich zwar nicht mag, aber das Cockpit hier, das wirkt sehr, fast wie in einem Spacefighter, sehr konzentriert und sehr auf den Fahrer fokussiert. Und hier kann der Fahrer nochmal sich hier, falls es zu heiß werden sollte, nochmal hier extrem abkühlen mit diesen Lüftungsdüsen. So, Start-Stop-Knopf haben wir hier in der Mitte. Der Abgasstrang ist jetzt schon ein bisschen warm, das ist gut. Da fängt er jetzt auch ein bisschen an zu bollern. Ich mache jetzt mal die Assistenzsysteme aus, die brauchen wir heute nicht. Wir machen jetzt nur noch ganz normal, also mit einem langen Druck hier an der linken Seite, am Blinkerhebel, wir machen jetzt nur Fahrdynamik auf der Landstraße und auf der Autobahn. So, dann bin ich mal gespannt. Ich bin hier im Dynamic-Modus. Ach ja, genau im Individualmodus. Wir haben hier das Auto mit Adaptivdämpfern ebenso. Das heißt, ich kann auch das Fahrwerk komfortabel oder sportlich stellen und auch die Lenkung sportlich oder komfortabel und den Motorsound kann ich mit einer Klappe, das ist ja auch eine Klappenanlage hier, kann ich mittels einer Klappe auch steuern. Man sitzt auf jeden Fall sehr gut. Ich kann auch noch die Sitzauflagefläche nach vorne fahren. Dann ist es bequemer. Gerade für die Langstrecke ist das wichtig, dass man hier dann auch gut sitzt. Und man hat hier, ich finde diese Knöpfe hier zur Lichteinstellung, finde ich richtig gut. Da kann man auch drüber fahren. Dann sieht man hier, okay, Auto und dann kann man klicken. Genau, das sind schöne Knöpfe, die trotzdem berührungsempfindlich sind, aber eben Knöpfe. Und Knöpfe sind so wichtig, gerade in einem performanceorientierten Auto, dass man klar einen Teil Touch macht. Das ist ja hier auch so, aber dass man so diese wichtigen Fahrdynamikfunktionen, so wie hier jetzt ESP aus, das mache ich jetzt auch mal aus, genau, dass man das eben findet. Und auch hier diese Start-Stop-Aus-Taste und so, finde ich wirklich gut, dass Audi das so analog, teils analog und teils digital, da wo es eben digital sein kann, da wo es ein Komfort-Feature ist, macht und die anderen Sachen alle analog lässt, damit man sie eben gut bedienen kann. Weil nichts ist schlimmer als ein Auto, was man mit Umständen hier nur bedienen kann. Auch hier könnte ich mal kurz ausprobieren zu beschleunigen. Dann haben wir die 4,8 Sekunden, die dieses Auto ja braucht. Und das haben wir jetzt schon, er schreitet sehr, sehr gut voran. Das sind jetzt schon 120 kmh. Das war sehr souverän, würde ich sagen, und sehr, ja, Gran Turismo-like. Da passiert jetzt nicht hier wahnsinnig krass viel, dass man hier die Kräfte im Lenkrad spürt oder so, sondern es ist einfach sehr, sehr schön und eine sehr, sehr zügige und schnelle Beschleunigung für ein gutes Vorankommen. Aber beschleunigen ist ja nicht alles. Schauen wir mal, wie das Auto hier auf so ein paar kurvigen Straßen funktioniert. Da bin ich gespannt. Übrigens, ich finde diesen Bildschirm hier, was man hier alles anzeigen kann, ich meine, wir kennen das ja von Audi. Das ist ja im Prinzip nichts Neues. Aber es ist einfach schön. Ich kann hier noch auch die Karte anwählen und so und dann verschiedene Ansichten hier machen. Das finde ich schon sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr großzügig vor allem, alle Daten auf einen Blick zu haben. Das ist sehr wichtig. Und dann auf einem so großen Display. Finde ich echt gut. So, ein bisschen unruhige Fahrbahn hier. Da merkt man dann gleich, das Fahrwerk ist präzise, die Lenkung ist präzise. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist ähnlich natürlich wie in einem GTI, in einem R. So wahnsinnig groß sind die Unterschiede ja nicht mehr. Aber man fühlt sich hier in einem Audi trotzdem natürlich noch mal anders. Es ist, so fühle ich das zumindest, es ist noch mal ein bisschen weicher alles abgestimmt. Noch ein bisschen smoother. Nicht ohne Direktheit zu verlieren. Das auf keinen Fall. Aber auch der Motor, der klingt noch leicht satter. Das kann auch daran liegen, dass es hinten ein bisschen weich rausbollert und nicht knallt. Da wir ja hier die normale Anlage haben, normalen Anführungszeichen, also die Serienanlage, die eben keine Akrapovic ist. Und die klingt angenehm. Auch der Sound, der klingt sehr, sehr angenehm. Er klingt sehr satt. Er klingt sehr kernig. Es ist nichts von einer Nähmaschine. Nähmaschinen-Sound oder so hat man ja auch manchmal hier zu hören. Das ist wirklich gut gemacht. Ach so, wenn wir jetzt hier so ganz langsam durch den nächsten Ort tuckeln. Wir haben hier tatsächlich eine induktive Ladestation hier drin. Die ist optional. Die kostet ein paar hundert Euro. Aber sie tut. Das ist der Wahnsinn. Ich hatte jetzt so viele Konzernfahrzeuge und so viele Probleme gab es mit dieser Ladeschale. Und hier tatsächlich gibt es gar keine Probleme. Also da lohnt sich der Aufpreis, sich so eine Ladeschale zu nehmen. Denn klar, natürlich, es ist sehr bequem und sie hat eine perfekte Lage. Man kann das iPhone hier oder das andere Smartphone richtig schön positionieren. In den anderen Fahrmodi, jetzt fahre ich mal ganz kurz, gehe ich in den Efficiency-Modus. Das heißt, ich kann auch hier auf E gehen. Dann habe ich hier Efficiency. Das kann der S3 auch. Dann kuppelt er früh aus, lässt das Auto segeln. Und es ist alles sehr zurückgefahren, muss ich Ihnen ja nicht sagen. Alles sehr komfortabel, auch das Fahrwerk. Natürlich, diese Einstellungen, klar, Adaptivdämpfer sind immer schön zu haben. Da kann man auch wirklich mal dahin gleiten. Und das Auto ist ja so wie auch ein Golf R, der sich auch total verwandeln kann, kann sich der S3 hier auch verwandeln und dann für die Langstrecke sehr, sehr schön dahin gleiten. Für mich ist es jetzt aber gerade langweilig. Und deswegen stelle ich wieder auf Dynamic, gehe in den Manuell-Modus, in dem ich hier das Schalten übernehme. Übrigens, das finde ich wieder Shift-by-Wire. Ja, klar, das ist ja wie im Golf auch, aber das finde ich tatsächlich nicht so cool, dass ich hier keine Möglichkeit habe, nicht mal durch einen Knopf oder so, hat man beim Golf R auch nicht, aber hier auch nicht, dass ich sagen kann, okay, ich will jetzt hier nur manuell schalten. Und dann bitte kein Automatik-Modus mehr. Wobei man auch wieder sagen muss, er hält den manuellen Modus sehr, sehr lang. Also wenn ich jetzt hier so bleibe, er schaltet nicht und so, ohne dass ich die Pedals berühre, finde ich sehr, sehr gut. Und Pedals, jetzt fahren wir erstmal. Pedals finde ich natürlich hier auch so semi, weil die aus dem Golf R, die hätte ich schon gerne hier. Auch ein abgeflachtes Lenkrad hätte ich hier gerne drin. Klar, kann man noch als Option dazu buchen, aber jetzt hier finde ich das schon recht groß. Und ein abgeflachtes Lenkrad, klar, steht in RS-Modellen zur Verfügung. Nicht in S-Modellen, serienmäßig zumindest. Aber es würde nochmal mehr zur Sportlichkeit beitragen. Da meine ich eben, der Golf R, der ist deutlich aggressiver, deutlich motorsportmäßiger unterwegs als der S3 hier. Jetzt fahren wir hier mal, das ist ja unsere bekannte Strecke, die ich schon mit allen möglichen Fahrzeugen, auch Performance-MQB-Fahrzeugen, gefahren bin. Man merkt auch hier durch diese Oberflächenbeschaffenheit, wie das Auto anders reagiert als ein Golf R zum Beispiel oder als ein Cupra-Formentor. Das ist dann nochmal auch, ich schätze, ein bisschen geschmeidiger alles. Obwohl das Fahrwerk trotzdem sehr fest ist. Es ist ein bisschen gleitender, ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen entkoppelter, noch stärker entkoppelter vom Chassis als bei den anderen Konzernen-MQB-Fahrzeugen. Und das macht den Audi, finde ich, auch immer aus. Der ist, klar, für das aggressive, krasse Rennsport ist ein RS3 und das Auto ist perfekt austariert und perfekt in der Mitte positioniert, leicht unterhalb das Golf R, wenn man jetzt mal die Sportlichkeit nimmt. Und das passt eigentlich auch so. Hier jetzt auf dem Weg zur Autobahn, hier an der alten Grenze Richtung Berlin. Das Ding ist ja, das Auto hier hat auch noch, also hat kein Torque-Vectoring, so wie es der Golf R hat, der neue. Wir haben hier das ganz normale Layout mit Haldex. Und das spürt man auch, nicht nur, weil der Drift-Mode fehlt, sondern auch, weil die Antriebssteuerung eine andere ist als beim Golf R. Das heißt, es wird erst vorne gezogen und das spürt man minimal im Lenkrad, auch in den Kurven. Und wenn dann das Grippenniveau nicht mehr reicht, wird der Hinterantrieb, die Hinterachse zugeschaltet. Auch das ist nichts Neues, das haben wir schon immer so bei den Audi S-Modellen. Aber in diesem Modell, jetzt gerade auch im Vergleich zum Golf R, spürt man diesen Unterschied schon sehr. Der Hinterachseantrieb, der kann bis zu 100% zugeschaltet werden, aber eben nicht bis zu 100% auf ein Rad, was der Golf R wieder kann, so dass es ihn so richtig schön reindreht in eine Kurve. Audi macht es mit radselektiven Abbremsungen. Das ist dieser große Unterschied in der Fahrdynamik. Am Ende fahren beide sehr, sehr gut, aber der Golf R fährt eben durch solche Kurven noch spitzer, noch krasser. So, jetzt geben wir mal Gas. Wir haben ja trotzdem noch Winterräder drauf, Winterreifen drauf. Die sind bei 240 kmh zu Ende. Bei den niedrigen Temperaturen heute kann man auch laut Tacho locker 250 fahren. Das ist also kein Problem. Genau, jetzt kommt die Warnschwelle, die ich eingestellt habe. So, jetzt ist 250 erreicht. Das geht relativ schnell und relativ unproblematisch. 260 Laut Tacho, jetzt gehe ich auch wieder runter. Die Stabilität ist phänomenal, also wirklich sehr, sehr gut. Nichts anderes habe ich auch erwartet. Und das Durchbeschleunigen, das ist geschmeidig und geht gut voran. Also der Wert auf 200, auch der Wert auf 250, also die Zeit, das ist beides sehr, 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 sehr gut. Ja, wir haben hier wirklich zwei sehr, sehr schöne und sehr schön zu fahrende Performance-MQB-Fahrzeuge aus dem Volkswagen-Konzern. Einmal den neuen Golf R und zum anderen den Audi S3. Beide sind sie irgendwie gleich und basieren ja auch auf denselben Komponenten. Aber ihre Abstimmung ist doch sehr, sehr unterschiedlich. Während der Golf R sehr viel extremer ist, sehr viel sportlicher ist. Und mit dem Golf R kann man auch wirklich auf die Rennstrecke und er performt auf der Rennstrecke richtig, richtig gut. Ist der Audi S3 eher der Gran Turismo dieser beiden? Also eher ein bisschen zurückgenommen, ein bisschen Lifestyliger, ein bisschen detaillierter im Interieur, ein bisschen schöner gemacht. Eher sowas für die Stadt, aber auch sehr, sehr sportlich und sehr, sehr schön. Man fühlt sich total wohl an Bord, aber Audi hat bewusst noch ein bisschen die Lücke gelassen zum RS3, der dann darüber angesiedelt ist. Beim Golf R ist es Schluss. Fünfzylinder Golf R kommt ja nicht. Dafür ist ja dann Cupra wieder zuständig. Auch in Performance-MQB haben wir ja auch nochmal als Vergleich auch nochmal verlinkt. Aber der Audi S3, um ihn geht es ja in diesem Review hier, ist ein sehr, sehr souveränes und sehr starkes Fahrzeug, mit dem man unglaublich viel Spaß haben kann. Und der einen auch vermittelt ein Höchstmaß an Präzision. Also das sind beide, da sind beide gleich. Beide sind sehr, sehr präzise zu fahren und auch sehr, sehr flink und sehr, sehr rasch. Und ja, sollten Sie es bis hierhin geschafft haben, dann danke ich Ihnen sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen was gebracht mit diesen beiden Fahrzeugen hier vorrangig, diesem Auto hier. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne und vergessen Sie auch nicht, die Glocke zu drücken. Und schreiben Sie uns auch sehr gerne entweder hier direkt in die Kommentare darunter oder an redaktion.automativ.de oder besuchen Sie natürlich auch gern unsere Seite, unser Online-Magazin, wo nochmal nähere Informationen dazu hier aufgeführt sind. Und dann können wir uns beim nächsten Mal, beim nächsten spannenden Review auch wiedersehen.